bevor wir angefangen haben zu zocken habe ich hier noch eine spinne erledigt in real life vorbereitet der kollege der war hatte ganz viele proben und er war gerade in der nähe von der evapierung doch wir gehen irgendwann dann weg vier spritzen ich fühle mich nackt aber jetzt habe ich eine chance ziehen und wieder zu überleben 50 prozent ziemlich krass effekt benutze ich immer wenn wir gegen insekten spüren der ist ziemlich praktisch eigentlich auch wenn du dann nicht so mehr ganz ehrlich war schon einer da lebt noch ich weiß aber nicht wieder mit der auf der karte funktioniert auch mal wirklich auf der karte sehen kann ja ich bin zu retten und ich mache das ist bestimmt nicht leicht zu sehen ganz ehrlich da kommt stürmer dann wenn ich gibt es da noch ein afriker thema ja das meine ich ja sind alle proben alle super selten proben an einem also sind gute frage ich habe ich habe es da mehrere jetzt ist eine gute frage hat wer ist aber ich soll er wo ist das die taktik ausrüstungswaffe die man rufen kann sondern dass die primärwaffe damit schießen wir jetzt ziemlich gut gehen wir sagen ich ziemlich gut gegen die titan war weil ich auch gar mein ding zu hoffen ehrlich nein ich habe mich nicht habe ich und hat schneller ich schieß nein da kommt da müsste gleich drauf gehen doch nur ding kaputt machen natürlich genau aufgetaucht nachdem ich das ding hier schweres ich gucke schon wahrscheinlich muss man die aber auch erstmal aufdecken irgendwie sie schießt doch immer wenn ich weiter getroffen glaube ich die die kann ich über jetzt ich kann ich kann ich sind der wahl also weil ein insekt da ist ein konzept mit dem löchern treffen nämlich mal die munition irgendwas ist hier aber machen müssen ich weiß nicht das könnte nicht einfach werden das prinzip ist einfach umsetzen könnte schwer werden wir müssen irgendwo wo ist der scheiße wir müssen noch ein bisschen weiter ins gebiet da rein warum wir sind die da exklusiv wir müssen wortwörtlich wir müssen halt die aufzuskammer wegbauen wir müssen zu so einem gebieten und dann müssen wir praktisch da so eine bombe zünden nur sobald wir anfangen die bombe dazu zünden kommen der riesige horde die versuchen die bombe anzugreifen also sowie die kann nicht kaputt gehen aber wenn die bombe schaden nimmt dann wird der account abgebrochen also dann muss man die wien noch mal aktivieren dann ist ein safe das ist eine neue mission ehrlich gesagt die ist noch relativ neu ja ja deswegen habe ich mich auch gewundert ja woher muss das sein ja schwer zu finden die kacke ja nein was passiert nein okay er ist nicht gut ich tue mal eine raketen hier für die löcher ja verwenden noch mal erst ein stürmer ich habe noch ganz casually hatten stürmer weg pustet du musst die aktiven ich bin er ist auch ein ex neues ich bin noch auf der karte diese werden jetzt kommen sie schon ja das sind die taten ich habe keine raketen werden nein 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 ich gehe nicht mit meiner granate an der dran mein geschuss ist da oben drauf ich habe mich auf den geworfen an dieser klappt ob das wert der bohrer muss aktiviert werden das noch ein zweiter getan aber ich bin unter der erde ja ja ich bin hier unter der erde gerade ich komme ich bin geglitschert ich würde sie mich gerade ja und ich stecke fertig liegt war wirklich unten im boden ich wollte mich erledigen damit ich kann gar nichts mal ich bin ich bin ganz eine liegeposition wie komme ich jetzt heraus die granate benutze mich zu verbrennen okay ich glaube das wird nichts nicht mit so einer konzerne leider nichts gemacht über eine quasi kanone gefunden aber man leute geht weg ich habe eine quasi solle war gott das ist so kaputt ich kann ja nicht ich kann nicht machen ich kann ja nicht mal autoren irgendwie und tut er doch einen nachschub holt nah daneben wer der saut tot geflogen hatte ich jetzt mal wissen wie man die waffen nummer droppt ja ich habe gerade eine gespawnt aber ich weiß nicht wo ist dann weg meine sachen also schon 62 prozent das gekostet hat man sechs leben ja wir haben alle unsere waffen oder gute zeug und mein geschützt hat irgendwann ab ich hatte noch da war ja ich bin auch schon derzeit auf der karte wir können wahrscheinlich nicht sehen aber kein radar und sowas haben wir wahrscheinlich auch irgendwie so angezeigt so wie die sehenswürdigkeiten aber da habe ich ja gerade gefunden aber nichts ja ja und und noch denn ja j ich of all life kommen wir das ist eine bombe und am merken falls wir einen gekreist werden dann gehen wir einfach dahin das sieht doch nicht so ein bisschen so aus wir haben noch vier leben übrig da kann er gut ausgehen nur einer zieht so aus also der jetzt sagen safe kommunikationsgerät das noch so einer unsere evakuierung ist ehrlich gesagt da wo wir hin müssen jetzt von daher nicht so schlecht das heißt wenn wir sterben dann nicht mehr das muss man nur überleben unsere mission zu ist genau da an der evokierung das ist unsere mission glaube ich ja das hat er es macht und haben die proben hier mal zurück zu den sachen die ich herausgefunden habe mit deiner waffe die du gerade benutzt mit der schmura kann man die ganz selbst abknallen von den robotern ok ist sehr interessant damit erzieht man am besten auf die spitze statt auf die triebwerke mit ich nehme mal der terminal ist noch nicht gespawnt ich will jetzt mal die links einfach alles raus was wir haben aber guter statt das ist ein stürmer ich glaube schon tot und er ist auch ein nest und so hat ja ja war ja aber der medias gesicht geschaffen das sind die taten übrigens ich weiß nicht ob ich ihn gesehen hat ich habe ihn auch angeschaffen und oder ich dass ich nachladen kollege ich habe keine raketen mehr ich gehe mal zu dem nest naja echt jetzt ja 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 also raus aber ich brauche mehr verräte für meine paketen ich brauche mehr verräte für meine paketen also unser geschützt ist hier um uns als retten da haben sie kaputt gemacht irgendwo ja 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 ich weiß nicht das titan ich so normalen hilferrufe irgendwie auftauchen können ne macht irgendwie nicht so viel sinn ja 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 die haben keine eigenen nestern ne gibt keine titanen nester die kommen aus dem boden und irgendwann kommt der heilflotte an ja äh 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 ja das ist genau hier das ist ja mal zwei stöber das ist umgedreht ich zu mir um eine lebt noch oder der ist tot da aber ich weiß auch gar nicht schießen nach der pelikaner ich sehe kann machen wir mal an ja und war da war da da kann ich von dem weg mehr war es jetzt schon nichts in dem weg aber so gut wie ich denke an meinen eigenen ding fest aber ich bin so was tot ich lebe noch okay wir müssen die weg nach hat diese noch nicht auch viel besser gerufen also die evakuierung der dinge davon ist aufgetaucht okay jetzt muss man nur noch schaffen irgendwie zu überleben mit den proben ich nehme an wir lassen wir haben das auch so lange da liegen bis wir irgendwie kurz davor sind absagen und dann vergesst man die im letzten moment mitzunehmen und habe sogar noch andere proben sich fünf minuten vier minuten ja genau vorräter wo die von wo kommt ihr und da kommen sie mal geschützt hat was gefunden vielleicht haben wir schon alle erledigt da kommen welche nein naja jetzt ein kuchen glaube ich oder auch nicht doch noch welche schütze kommik ha ha kommik kommik eine menge leute ja mal ein paar vorräte zwei minuten von mir bewegt sich ja noch einer ich glaube ein stürmer weg ist noch ein leben ich komme nicht alle sondern habe ich habe ich war wieder vorrätig von der seite zum glück und einer seite kommt ja auch manchmal ja das ist gut gegen bockdurchbrüche ganz ehrlich die nur wenn die schon draußen sind aber nicht wenn die noch rauskommen ja wie soll euch da schnappt ihr die proben und lassen ausgehen die kostbaren kamera fahrt weil da komme ich noch so ich bin bereit jetzt hier weg zu gehen und ich bin ja noch rumlaufen geht auf mich auf dich losgekommen und ich bin da rumgelaufen da ich nehme schaden noch mein bildschirm mit voll rote wird schon hier im ladebildschirm und also egal hauptsache promen ich noch bin ich noch gespawnt werden das ding wegfliegt man hat für ein makaberer witze ja ja ich habe ihn gesehen jetzt wäre es doch mich los gegangen noch ich komme mich noch bewegen und also war ja wer macht und dass wir wollen aber zehn immer so was wir müssen hat noch ein paar mal durchziehen hier wird eine bau mal nur ein das ist für geschütze was gar nicht bei der historie schützt taktik ausrüstung das ist ein interessantes bild benutzt er hat es gegen die roboter das war ziemlich interessant der benutzt das schwere hält diese schweren gestellung die du hast raketengeschützt und dann der schick generator also den babbel schild praktisch also nicht dann gehen wir nicht nicht den rucksack ich weiß aber du kannst du unter dem schild bist du kannst du da rausschießen aus dem schild da wäre auch ein bisschen beschützen wenn ich gehen würde und da hat mich eigentlich auch die idee gebracht der der schritt der wäre nicht die perfekte gelösung gewesen um die kanonenschiffe fabriken kaputt zu machen hier haben wir nur zwei ziele also werden den schild benutzen können um die höllenbombe zu schützen damit ich nicht kaputt geballert wird unter andere sachen über andere sachen nehme ich mal geht auch wobei der schild der hat so seine schwächen weil der hat nur eine gewisse menge schaden an der nehmen kann und der läuft auf zeit alles klar wir haben wir so ein überpower der ablaufzeit also wenn der von alleine verschwindet und wenn der zu viel schaden nimmt verschwindet der auch also benutzen den nicht vieler aber der hat so aber einige sagen dass der richtig gut ist ja wir sind jetzt wie die aussehen das war noch mehrere von ihnen zu geben anscheinend also ist nicht nur einer auf der karte ja aber wir haben ja zwei gefunden um einmal der hat ja nicht ich dachte da gibt es noch einmal pro karte oder so ja ja an dem einen sind die erste von dem sind immer nur an einem auch aber wir wissen jetzt wir das ding aussieht dann müssen wir aber auch vorher ausschalten müssen das ist vielleicht ein bisschen verschwendung garantiert ist das erst mal greifen war ja die die proben um es ein bisschen einfacher zu machen das ist ein stürmer ins gesicht ja aber blöd ruhe bringt mich um das ist noch ein stürmer ich will die ganze zeit ja auch dieses dieses dinge auf das dinge schießen um dazu exkludieren zu bringen oder seines dieser ventile überhaupt machen hinter der jetzt müssen die ventile ist ein blöder kleber drüber völlig ja normalerweise ja oder richtig kann mit meiner wasser nicht kaputt machen da kommen wieder ganz viele kleine da draußen hat sie aus also ich dachte jetzt kommt das schiff noch verdammt ja ich habe sie mein geschütze exorperatierter okay das war noch chillig bisher ich glaube wir kommen gegner geht was gehe ich noch was los nicht so doll dann wird der blitz von dann geht der blitz in die leichenreine statt in die lebenden geht ja da habe ich auch immer probleme wenn die zunamen daran sind kann ich die nicht abschließen weil ich dann nämlich selber treffe meiner waffe das ist nicht nur kürmer senex wir sind gegner die sich beschäftigt mit dem geht weg von mir leute weiter noch nein erlebt auch ich dachte ich würde ihn obwohl ich glaube da kommt schon ein stürmer ich auch nicht heute eine sekunde leute ich will meine sachen nicht da war es nicht nachgeladen ist gleich mal ein kollege ein habe ich eine das dagegen noch was auch noch ich glaube ich jetzt habe ich keine raketen dinger nein ich habe keine doch eine habe ich hinterher pass auf nein du sagst naja der auch so eine blöde random encounter ja nein gegner clown ein clown clown ich habe schon wieder ein stürmer ich brauche nachschub für meine raketen sehr viele stürmer ja das ding auf es ist ein bisschen zu weit weg gerade hier schnell wird schon nicht so schwierig nur aufpassen müssen halt nur wenn man mit einem fertig sind wieder in rennen wenn es darauf ankommt kann ich rennen da war ich nachher an da war ich muss dann müssen wir aktivieren ich muss man aktivieren treibstoßfloss blockiert wenn wir noch eins mein gott ist weit weg schrug als technologie damit könnt ihr nichts anfangen jetzt kommt ein eigenes schiff haben das andere schiff verstehen benutzen die treibstoffe von ihren treibstoff aufzufüllen das geht gleich mit den super seiten den proben in den mecker rein also die überschützt nein doch ich habe aufgestanden na zehn von 11 ich weiß ja es ist man so auf dem weg oder ja und geht nicht ja weg oh mein Gott da kann ich nicht ja weg jetzt ja durchlaufen ja alles cool ich denke mir schon wieder am schuh daran er mich nicht anfassen nicht anfassen nicht anfassen ich mache mich langsam auf dem weg zur evakuierungszone ich ignoriere das riesige netz watter auf dem weg ist papi so leicht ich bin ein riesiger mac hier habe da sowieso keine chance weil ich liebe es wichtig die felsen durchlaufen die fliegen einfach nicht die gegend dann habe ich die wände durchlaufen nein und sie klar ein bug durchbruch irgendwo was war heute ja mal fertig bevor ich das taxi rufe er mein geld in mein mekka am besten dann kann man jetzt hier noch mal zu rufen und da kommt noch mehr jetzt mal platt für mein geschütz aber es ist ein los explosion naja also hat ich meine mg die ganze zeit anschmeißen alles klar war oh dahin kommt ja ja wir sehen warum nicht ich habe irgendwann leuchten ist dann zu kriegen gesehen ich dachte das ist vielleicht die stationen aber das war ausstrahlen ganz ruhig meine moni und alles leer lassen stürmer glaube ich aber war das geht okay man bleibt ja also stehen nein nein ich boxe euch alle weg wenn es sein muss ja gerade ich bin dort nehmen meine proben wie ihn genau da ich habe sie proben mein gott warum tut die kanalnehmer da durchfliegen aber es ist wahrscheinlich aber sein wenn sie schon längst weg mit einem problem da rein läuft doch hier unsere proben wir schaffen die mission blöd ist eine blöde blitz mission hat sowieso keine proben extrem enttäuschender dienst er sei enttäuschend nicht wir da den ausgegeben gott davon keine proben auf sechs schon direkt muss man wissen wie wortwörtlich jetzt habe ich genauso viele spritzen wie du benutzt persönlicher befehl habe ich dann gedacht hätte gesagt aber okay wir haben es geschafft